Ich glaube wir gehen in dieser Runde sehr, sehr gut raus. Ja, mal ernsthaft. Tut das nicht weh? Ich war mit genug vasenile mit Sicherheit, okay? Ja, aber das tut doch mit Sicherheit weh. So ist es tut doch weh. Sich eine Bier in den Hintern schieben. Nein, 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 nein. Oh, seltsames Verhalten. Wie sich seltsam verhält wurde gemeldet, möglicherweise bewaffnet. Okay. Nicht krieg ich. Kommt mit Sicherheit auf die Form an. Recipt. So fährst du direkt auf zu, also... ...kommt auf die Form der Birne an. Garantiert, also... Das tut doch weh. So was tut doch mit Sicherheit weh. Es gibt ja... Nein, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Wirklich nicht. Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Am Ende kriege ich schon wieder... Nein. 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 So. Und dich kriege ich jetzt auch. Gut. Das war's. Wenn du schon mal da bist, dann kannst du auch nur mitspielen, ne? Ist wieder gesund. Das ist schön. Gut. Und wie gesagt, diese Masken kann man für... 1,99 als DLC dazukaufen, um halt ne Sozialeinrichtung mit zu unterstützen. Das ist gut. Äh, Party. Ja. Äh, Taxi zu rufen ist, wie gesagt, das Einfachste in der Hinsicht gewesen. Mal gucken wir mal dem durch. Ich hab den einen nicht gelöst, in einem Notruf. Wo? 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 Weil ich nicht alle ausgesetzt habe. Na gut. Da kann man mit. Selbstmord. Ne, das war der Betrunkener gewesen. Anruf eines Betrunkenen. Ja stimmt, der war einfach nur betrunken gewesen. So, äh, der war einfach nur betrunken gewesen. Ein Licht geht auf. Ja, gut. Neu Stadtviertel hinzugefügt. Ich freu mich jetzt schon. Äh, echt jetzt? Und da darf ich mich noch nicht mal gegen wehren. Das bekomme ich fortges- Das bekomme ich vorgesetzt. Das bekomme ich vorgesetzt. Ich kann mir keinen aussuchen. Dieses bekomme ich einfach hinzugefügt. Haha. Yay. Yay. Fortsetzen. Rufe die Notberufszentrale nicht ohne Grund ein. Achte bitte darauf, dass die 112 eine Notrufnummer ist. Wenn du die 112 wählst, um über ein anderes Ereignis zu berichten, dann blockierst du die Leitung für Personen, die tatsächlich einen Notfall haben. Rufe die 112 nicht an, wenn du nach dem Weg fragen, dich über den öffentlichen Nahverkehr beschweren oder einfach nur prüfen möchtest, ob dein Telefon funktioniert. Falls du diese Regel missachten solltest, ne, großes Zwinker-Smiley an den lieben Fumpel, ähm, könnte das ernsthafte rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wir starten. So, wir haben 111.000 und wir fügen eine, äh, wir fügen, ich kann immer noch keine SWOT-Einheit trauen. Okay, da würde ich ehrlich gesagt, da warten wir noch mit. Ne, da warten wir jetzt echt noch mit, weil ich will das SWOT-Team dabei haben. Ähm, da kann man nämlich dann hinschicken, wenn irgendwo mal eventuell ein, äh, Einsatzfahrzeug benutzt, äh, benötigt wird, wo ich halt SWOT-Unterstützung brauche. So, Wetter, es wird windig. Es wird windig um 13 Minuten. Okay. Gut. Regen, Schnee, es bleibt trocken. Es wird 34 Grad fahren, das heißt, wir werden, ähm, ihr seht's, ich hab jetzt hier auch eine Helikopter dabei. Das heißt, das wird nichts Schönes werden. 34 Grad in der Spitze, da werden wir mit Sicherheit ein paar Leute haben, die in die Witze wieder gehen. Tipp Verkehr. Ja, äh, rote, durchgestrichene Linien auf den Straßen zeigen dir den Verkehr an. Storz verlangsamen deine Einheiten. Was? Was? Wenn du den Verkehrsvorfall aus, äh, wenn du den Verkehrsvorfall aus, auflöst, wird sich der übrige Verkehr wieder von selbst einrenken. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Neues Viertel. Von heute an werden sie mehr Viertel verwalten. Der nächste Schritt ihrer Karriere wird die Leitung der Notrufzentrale sein. Also quasi, ich krieg deinen Job. Ich krieg deinen Job. Hahaha. Du wirst gefeuert, Junge. Und ich krieg deinen Job. So, wir haben Sommer und das Wetter wird bald unausstehlich sein. Haben wir uns ja gerade schon, so, schon mal dezent mal angeguckt. Äh, die Menschen wiederum denken nicht nach. Seit wann denken Menschen nach? Ein Mensch, okay, aber nicht mehr. Sie vergessen Wasser zu trinken, kümmern sich nicht darum, wo sie ihre Zigaretten ausdrücken. Yay. Und verwenden keine Sonnencreme. Müssen also auf alles gefasst sein. Von kompletter Dehydrieren, äh, äh, Dehydration bis zu gigantischen Bränden. Da gucken wir jetzt nochmal in das Wetter. Pass mal auf. Da, ne, also um 13 Uhr werden wir mit Sicherheit Brände kriegen. Wir werden jede Menge Brände kriegen. Da gehe ich eine Wette drauf eigentlich. Mal vore, trinke ich mir was. Weil es stand ja auch drin, dass wir auch, ne, dass, dass die Menschen auch nach Wasser gucken sollen. So. Auf geht's. Auf geht's in meinem persönlichen Horror. Wo? Da. Was ist das? Na, an die Schuhe. Okay. Was ist das? Ähm, Unfall im Garten. Operator? Gehen wir da. Na gut. Sommerzeit. Die Menschen arbeiten im Garten. Was ist das? In Falschparken. Verarschtung? Bereit für Racken. Gehen wir zum Verracken. Das kann man mal eben schnell mit dem Fahrrad machen. Wenn wir es schon haben, dann kann man es auch eben nutzen. Und der nächste Hyklo- Hyklo- Ja, das ist schon so. Da ist schon so. Da ist schon so. Äh, ne Messersticherei. Wie viele Verletzte? Ein Verletzter. Receiving. Gut, dann schieben wir mal eben schnell den Helikopter hin. Das geht ja relativ fix. Äh, da. Was ist das? Müll innenbrand. Erste Brand? Ja. 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 Der nächste Feuerwehr. Jetzt wird es unnustig. Jetzt wird es wirklich unnustig. Und der nächste Schub. Äh, das ist klar. Ja. Going there. Ready for next case. Was ist das habe ich mit dem... Going down. Was ist das? Awaiting orders. Going to the incident. Zurück belasten das Paket. Das ist eine Bombe. Standing by. Awaiting further orders. Was ist das? Eine Reiserrei. Starting chase. Standing by. Ähm. Du verarschst mich. Ready for action. On my way. 112, what's your emergency? I, uh, he, uh, uh, he's coming. He's coming. He's coming. Help! Wo bist du denn? Where are you? I'm around, uh, he's coming for me. Uh, let's close. Okay, I'll send the police then. Oh, okay. Thank you. Uh-huh. I guess. Ja. Das ist ja langweilig. Gut. Case resolved. Ach, du verarschst mich doch jetzt. Reporting. In pursuit. So. Was ist das? Gut. Die sind da beschäftigt gerade. Eine Geiselnahme. Operator? Roger. Ready for action. Ready for action. Going there. We're going further orders. Ready for action. Going there. Receiving. We'll get them. Okay. Going there. Awaiting further orders. Awaiting order. Going there. Shut fire! Requesting immediate transport to the hospital. Mhm. Da sind wir ja gerade bei. Okay. Säureattacke. Veranstalt? I'm waiting for where you're going there. Ready for action. Roger. Alles klar. Und der ist jetzt leer. Und jetzt habe ich ein Problem. We're out of water. Operating in pursuit. Jetzt wird's stressig. Ready for next game. Äh. Gebrochen auf Knopf. Ja, die Polizei ist da schon auf dem Weg. Und? 112. What's your emergency? Uh, hello. I'd like to report a baby in a car. Huh? Okay. Sorry. What's the address of the place? It's the parking outside the shopping center at... 751. So, can you tell how old the baby is? Between two and three, not sure. But it's crying and can't even move. The seatbelt is fastened. You think you could try to break one of the windows? And choose one that's the furthest from the baby. I could try, I guess. But what if the parent comes? Hmm. Is there anyone around you? It could be helpful to have a witness to confirm that you needed to smash it. the window. Maybe even get a video of the baby. That way you'll be protected. Yeah, um... Sir! Sir! Will you come here? There's a baby and it needs help. Okay, I've got a witness. Will you send police anyway? Yep. Yes, they'll be there soon, sir. Please, be careful while you're smashing the window. Aim for the bottom corners of the window, not the center. Okay, thanks. Goodbye. Goodbye. Ready for action. On my way. Going back to base. Uh, let's go. Ready for next case. Reporting 10-4. Oh, well. You're making me feel like here. That's what happened here. Ready for action. On my way. So, you have a 10-8-3. Ready for next case. Ready for next case. Going back to base. Requesting for the lease unit. Ready for next case. Reporting. On my way. In pursuit. Reporting. On my way. We'll get them. Reporting. Going there. Awaiting orders. Sussex, they don't have to go. Going there. Alles klar. Also, dass ich jetzt gerade ein bisschen ruhiger bin, ist einfach, jetzt muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Awaiting further orders. Na, um halt wirklich alles in irgendeiner Weise, äh, auf dem Schirm zu haben. Roger. Ready for action. Resolved. Awaiting orders. Roger. Und der nächste. 112, what's your emergency? Hey, I need help. Okay. So where are you calling from? I don't know. In the camper. We're moving. What do you need help with? The camper was stolen. I'm in the toilet. I don't think they know I'm here. They hit Dad on the head. How old are you? I'm 15. Please help. Yeah. Please, calm down. It'll be easier for me to help you if you're calm. I'll try. I need some more details to be able to find you. Okay. But I'm locked in here. What do I do? What kind of road are you traveling on? Is it smooth or bumpy? It is rather bumpy. Gosh, they're driving really fast. Stay in the toilet. Try to hear the men if they're talking. They might say where they're heading. I can't really hear them. The engine's too loud. Okay. Okay, can you describe the camper? Maybe you know your license plate numbers. White is brand new. A big one. I don't know the numbers. Uh, I think Dad said one of the back lights is broken. Okay. You're doing great, miss. Everything's gonna be fine. Please hurry up. Just stay calm. The police are going to find you. Make sure your phone is on silent and call again if something happens. Okay, make it quick, please. Going out on patrol. We're trying to base. I'm gonna be good, okay. Returning to base. Awaiting for your orders. We'll get them. Operator. Ready for the next change. Jet four. Receiving. Going there. Case resolved. We'll get them. Reporting. Starting chase. Awaiting orders. Going there. Receiving. We'll get them. Police train our way. Ready for action. Going there. Awaiting orders. Going there. In pursuit. Going there. Receiving. Going there. Reporting. Roger. Roger. Woo. Returning to base. Woo. Uh-huh. Returning to base. Awaiting further orders. Operator. Turn four. Requesting transport. Going back to base. Uh-huh. Going back to base. Uh-huh. Case resolved. Uh-huh. Uh-huh. Reporting. We'll get them. Operator. Going there. Dann schicken wir den Wasserwerfer einfach mal direkt da runter. Uh-huh. Uh-huh. Haben wir einen verdient. Awaiting further orders. Awaiting. We'll get them. Water tank. Ready for action. So, habe ich, glaube ich, habe ich einen versehen, oder? Einen übersehen? Passiert leider schon mal. So, das ist die schon eine Person. Warte, wer ist direkt da hinterher? So weit sind wir schon. We are out of water. Ready for action. Set four. Requesting medical assistance. Da ist da auch noch einer. Reporting. Going to the incident. Falsch Parker. What's 182, what's 182? So. Aber ist es gottsegag nicht so schlimm? We're out of water. Medical assistance. We're done here. Going back to base. Es ist gottseg nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Case resolved. Returning to base. Reporting. Going there. So, den Fahrradbesitz, den Kanzelon auch direkt verarzt. Und wir haben alle Fahrradsätze abgeschlossen. Hoffentlich. Awaiting further orders. Aber wir sehen jetzt gleich in die Auswertung. Was wirklich passiert. Returning to base. So, da habe ich da noch öffentliches Eigentum. Ja, das passt.